Einige Tage vorher erhielt ich die Röntgenaufnahmen. Der Arzt hat sie angeschaut und mit den vorhergehenden verglichen und konnte es nicht glauben. Er schaute sich die Aufnahmen nochmals an und sagte, Freund, du bist geheilt. Das ist unglaublich. In einer Woche war das wie weggeblasen, bis heute. Ich habe keine Rückenschmerzen und nichts mehr. Bruno Gröning war in den 50er Jahren als Wunderheiler bekannt geworden und obwohl Gröning schon 1959 gestorben ist, geschehen immer wieder eindrucksvolle Heilungen. Dann gehe ich in diesen Infovortrag und höre von einer Kraft, von der ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, dass sie existiert und gehe dort raus und bin gesund. Heute ist der Bruno Gröning Freundeskreis eine der größten weltweit tätigen Vereinigungen zur Heilung auf geistigem Wege. Das Einstellen hat mich sehr begeistert und als Ärztin fand ich, dass es sehr wichtig war, diese Lehre unter den Menschen zu verbreiten. Dies sind sehr, sehr kraftvolle Ideen und es ist wichtig, sie anzuerkennen. Das ist ein, sehr kraftvolle Ideen und es ist wichtig, sie anzuerkennen. Vielen Dank.